Hallo und herzlich willkommen! Ich geh schon mal in Deckung. Zurück zu Let's Play Daisy! Mit der lieben Alice und meinem Bruder dem Sino. Oh, er wollte schon überboxen. Ja, ja, ja. Hallo! Aua! Das klang grad erotisch, Alice. Hallo. Sag's nochmal, komm. Oh! Nochmal! Nein, das mein ich nicht mehr. Das ist jetzt die dritte Folge, die wir jetzt in der Aufnahmesession wieder aufnehmen. Euer Sino ist immer noch im Livestream. Immer noch. Seit, äh, genau seitdem wir die erste Folge geholt haben, also quasi jetzt gute zwei Wochen rein. Ähm, ja. Wenn ich auf irgendwas, äh, wenn ich auf irgendwas antworte im Chat oder so. Ein, äh, er hat einfach nur ne Hirnblutung, also wie gesagt. Ja, genau. Nein, Mr. Muscle, heute trinke ich kein Monster. Mr. Muscle? Mr. Muscle, genau. Cool. Mr. Muscle ist Russel. Mr. Muscle! Was? Russel ist ja gut. Russel! Das erinnert mich mir noch an den Kopf-Schnüffel-Russen. Ich ziehe nachher. Alice, also wenn wir dich treffen, schnüffeln wir dir erstmal den Kopf ab. Okay. Dann bin ich schrei. Hab dir Glück, dass ich ne sehr gut riechende Spülung habe. Und dann rauche ich deine Haare. Äh, okay. Ich esse dann deine Fingernägel. Weißt du, der eine knabbert an den Fingern rum, der andere hängt am Kopf. Alice kommt dann zurück nach Hause zu ihrem Freund. Die setzt sich denn da hin und dann... Nein, Alice setzt sich mit Klamotten unter die Dusche und wippt hin und her. Ich darf nicht drüber reden, ne? Ich kann nicht drüber reden, ne? Ich kann nicht... Ich kann nicht mehr reden. Gib mir Liebe! Achso, er kann sich ja dann den Verrostock wieder nicht. Achso, er kann sich ja dann den Verrostock wieder nicht. Ich kenne aber das aus, 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 äh, Drawing Together. Achso! Ich bin so schmutzig. Achso, wo er hier mit... Jaja, mit... Ausziehen oder irgendwie sowas. Ausziehen! Irgendwie ganz komisch, also. Ausziehen! Wo er die Bluse waschen will und... Ausziehen! Oh, ich kann nicht... Zender, ne? Zender, genau. Zender. Zender. Wo er an der Dusche sitzt, ja, ja. Und der wollte ihn einfach nur mal nur angucken hier. Ling Ling, genau. Als... Ja, ja, alles klar. Als Sex-Tourist. Ling Ling. Owen. Take-off-Shirt! Ich... Ich weiß nicht, was du meinst mit der Muskel. Ich glaub, sie hat gesagt, dass sie Russen mag. Ja, das ist richtig. Ich mag Russen. Warum? Weil... Weil sie kein Counter-Strike spielt. Weil die... Weil die... Mentalität einfach nur geil ist und weil sie echt schöne Frauen haben. Seht euch nur Mila Jovovich. Gut, die ist, äh... Aus der Ukraine, aber... Wehe, du sagst jetzt... Wehe, ich wollt grad sagen. Sag nichts gegen Mila Jovovich. Ja, alles was du jetzt kannst, kann, äh... Alles was du jetzt sagst, kann und wird... Vorm Sino-Gericht gegen dich verwendet ihr. Wollte nur sagen, die ist ja aus der Ukraine, ne? Ich bin ja informiert. Die ist geil, die Frau. Ich würd sie so heiraten, wirklich. Ja, die ist geil. Ich würd selbst dich heiraten, ne? Boah. Ja, denn... Dann müssen wir aber Bitchfighter machen, ne? Haare ziehen und so und nur Schlafcatchen. Sag ich dir. Ah, hör mal, hör mal. Ich hab die, äh... Dicke-Rentitten, ne? Ich mach dich kaputt. Oh, okay. Dann zieht ihr euch gegenseitig an den Brusthahn, ja? Ja, an den Nippeln, ey. Ja, auch Alice hat Brusthahn. Oh mein Gott. Da. Was ist das da vorne? Ein Auto. Ach so, ein nicht gegladenes Auto, okay, ja. Bei mir hatte... Die, die Baumstämme sahen aus wie so'n Haufen Stroh. Warum nicht hier Stroh? Sind wir schon wieder beim Stroh? Ja. Stroh, Hitler, Sarraza, Gronkh. Masken. Ja. Ja. Penis. Immer das Gleiche. Fagina. Fagina. Hat doch der Opa rausgehauen, weil kleines Arschloch hier eine. Fagina! Die heilige Fagina! Das war geil, Alter. Die, die Songs waren das geilste überhaupt. Weil ich hier das von einer Sekunde gedacht habe, Mr. Muscle, dass du Russe bist. Daher weiß ich das. Genau. Der hat schon Angst. Würde ich haben, unbedingt. Jetzt auch Angst. Klinke dich aus, solange du noch kannst. Ach, hör auf so'n Quatsch zu machen schwer. Ich sag ja, wenn's mal ernst wird, weißt du, ach hör auf so'n Headshot. Nein! Zino! Da oben ist so ne einsame Waldhütte. Wrong turn, Alter. Okay. Kommt wieder. Oh, ich muss immer an diesen Typen denken. Wird keiner. Der dann so behindert lacht die ganze Zeit so. Das by wrong turn? Ja. Der war am geilsten mit den Ärgern, dieser mit den langen Haaren. Boah, der hat mich fertig gemacht. Der hat mich fertig gemacht, der Typ. Was meinst du, wie er dich fertig machen würde? So, so, kannst du dich mir und Maddie vorstellen, wenn wir betrunken sind. Oh Gott. Auch mit ne' Axt in der Hand? Naja, sagen wir ne' Axt, ja. Nennen wir's ne' Axt. Nennen wir's ne' Axt. Nennen wir's ne' Axt. Nennen wir's ne' große Holzfäller-Axt. Okay. Mr. Roundtree. Glaub ich will doch nicht auf der Games kommen und so, ne? Ja, wir sehen uns ja schon Tag vor der Gipfel. Oh Gott. Ich überleg übrigens gerade, wie wir uns am schnellsten zum FW bringen. Aber ich glaub, wir müssen echt hier so'n bisschen, weil wenn wir komplett in den Berg latschen, das dauert zu lange. Ich glaub, wir laufen im Kreis. So, hab ich das Gefühl. Nein. Ja, also wie gesagt, Sino ist schuld. Ihnen bitte alle ganz schnell hinten gehen. Ja. Ich musste das nur kurz mal einwerfen. Verstehst du ja. Okay. Hier der da vorne, ne? Alle einfach bei ihm und dann so voll. Mr. Muskel, jede erwachsene Frau Stalkland 13 Jahre. Hallo, das ist ganz normal. Das macht nichts, dass sie doppelt so alt ist wie du, also. Doppelt? Tuch, wenn's halt doppelt wär. Komm ja noch zwei Jahre drauf. Ey, ich hab dir zwei Jahre geschenkt, wollte ich grad sagen. Ja, nimm die zwei Jahre. Danke. Die brauchst du. Oh, du bist ne Arsch. Wieso, weißt du noch? Ja, freilich, ich weiß doch. Hasta la vista, ne? Hasta la vista, baby. Ich nehme die dry. Ich bin hier, um zu lenken, nicht um zu denken. Danke. Aber wir haben keinen Plan. Ich nehme die dry. Nein, du musst das anders sagen. Ich nehme die Nummer dry. Ja. Ich mein, ich kann das nicht so geil, weil ich die Stimme dazu nicht hab, aber. Ich nehme die Nummer dry. Bye. Oh, nötigasch. Oh, nötigasch. Ey, das Gute ist ja, Alice ist genau wie jede andere Frau auf meinem Scham verfallen und die können mir nicht böse sein. Absolut. 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 Er leckt sich wieder selbst die Eier hier. Absolut Wodka hier. Du bist so großartig, Sino. Ey, wenn heute ein Viewer zu mir ins Stream kommt, ja, und sagt, ich hab ihm da was versaut, weil sie mich gesehen hat. Jetzt muss er, jetzt muss er, jetzt muss er das extra nochmal in dieser Folge auch nochmal erwähnen, ne? Ja. Das ist jetzt die Geschichte in jeder Folge. Wisst ihr, noch früher, das eine Mal, wo sich eine Frau für mich interessiert hat. Ey, oder? Es ist niederschmetternd für dich, wenn ich dir meinen, meinen Typ nennen würde, der im Übrigen Vin Diesel ist. Achso, ja. Hast du schonmal gesagt, Vin Diesel. Ach, Vin Diesel. Alice, ich hab kurze Haare. Wie ein Schwamm, ey. Aber du hast keine Glatze. Das reicht dir nicht. Ach, brauchst du... Brauchst du eine richtige Glatze? Ich hab, ich hab sechs Millimeter. Ja. Nein, das reicht nicht. Auf dem Kopf. Auf dem Kopfkohl gemerkt. Alice, Alice aka, die Österreicherin, steht auf Glatzen. Sie, sieht dein Freund dann und, und dein Freund sieht wahrscheinlich aus wie, wie, keine Ahnung, wie Hansi Hinterseer. Ja, mein Freund sieht aus wie Hansi Hinterseer. Und Florian Silbereisen. Oh. Also kein Vin Diesel. Ekelhaft. Nein, sieht dein Freund dann aus wie, 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 wie Vin Diesel? Na klar. Ja. Denkst du denn? Okay. Ich möchte jetzt ein Bild sehen von ihr machen. Macht sie nicht. Hat sie ja nirgendswo drin. Sie hat ja nirgendswo Bilder von ihm. Das ist, das hat, wie sagt man, das hat Faulheitsgründe. Wenn sie den abschießt, musst du nirgendwo Bilder löschen. So. Ja voll. Lass es durchschauen. Okay, ich drück mir noch ne Packung Anabolika rein und dann passt das. Nee. Aber dann fallen mir die Haare von alleine aus, dann hab ich auch ne Glatze. Da schrumpelt dir dann was und dafür kommen Fickchen wieder. Das ist ja auch nicht schön. Ach. Ja, da können wir ruhig was entbergen. Äh, 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 Moment, es schrumpelt nur der Hodensack. Der Pimmel bleibt groß. Ach ja? Ja. Ist das so? Ja, der wird die Hoden schrumpft. Warum soll denn... Das wusste ich nicht. Ich dachte, es zieht sich alles dann so weit. Nein, nein, nur der Hoden geht. Flöten. Okay, okay. Äh, Mr. Muskel, das war das mit der Donation, oder? Wie sie alle still sind, weil sie denken, dass ich noch weiter rede, aber ich bin fertig. Achso. Okay. Äh. Achso, die, äh, Lady Italy geht jetzt oder so. Bis, ja, bis später, meine Gute. Nacht. Wie? Wollt mich, dass du, äh, dabei warst, liebe Hylia. Das ist echt wieder so eine, so eine Wald-Simulations-Wanderfolge hier. Ja. Das ist, es tut uns leid. Na ja, die sind dafür dann bald beim Airfield, ne? Und dann geht's los. Ja, dann ist Folgenende. Kriegen wir drei in Headshop und dann war's das. Dann bin ich die erste, die stirbt. Wie immer. Aber wie gesagt, das ist Daisy, das lange Laufen gehört dazu. Aber, wenn man sich so die Kommentare durchliest, unterhalten wir ja trotzdem ganz gut. in der langen Zeit hier. Ach, halt auf die Fresse, ey. Bei so viel Blödheit ist das... Muss das ja schön reden, ja. Was? Guck mal hier. Bei so viel Blödheit auf einen Haufen. Oh, da oben ist schon wieder ein Castle. Ja, ich sage ja, wir sind im Kreis gelaufen. Jetzt sind wir nur ein Stück weiter bei der... Das ist aber nicht das Castle, ne? Das ist ein anderes. Ne, das andere war vorhin das Castle, äh... ganz weit weg. Das hier ist jetzt das Castle. Das Castle? Das Castle ganz weit weg. Das ist jetzt das Devil. Das müsste das sein, ja. Du hast doch vorhin schon mal gesagt, wir sind beim Devil Castle. Ja, aber das war ein anderes. Ich hab doch keine Ahnung. Halt dir auf die Fresse. Du bist ein Castle. Oder wie das heißt. Ja, ja, eben. Eben darum, deswegen das Halbjahr. Ja. Wo kommt mein Haus? Bisschen kaputt. Ja, ne. Wo ist Tine Wittler? Das ist übrigens, äh, warum man mit Laktose nicht rauchen sollte, ne? Ach, Tine Wittler macht das schon wieder. Ja, Mann. Die kriegt schon was hin. Ähm, wir müssten eigentlich jetzt echt bald da sein, also... Oh, ich... I feel thirsty. Warte. Ja, ich müsste auch gleich mal... Turthy. Mit T. Machen wir jetzt ein Rast. Mit TH. Ja. Pfeffi. Open Baggetty. Oh Alice, du kannst aber schön schlucken, ne? Ja. Du hörst, du bist da rüber, gell? Ah. Ich steh direkt neben dir, Mäuschen. Hör mal. Mäuschen? Mäuschen. Achso. Der hat Mäuschen gesagt. Der hat Mäuschen gesagt. Der hat Mäuschen gesagt. So ein Ferkel, ne, Alice? Das ist ein Schwein, ne? Das ist ein... Hey! Das ist sie. Wiederspruch ist zwecklos. Ah, 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 ah. Nicht schlecht. Oh Mann. Ja, das macht er gut. Mit Sack. Ich muss mal ausprobieren. Ech, wie will. Oh Mann, da fällt mir dieses eine Ding wieder an. Nimm ihn in den Mund. Nein! Nimm ihn in den Mund. Nein! Nimm ihn sofort in den Mund. Nein! Der wird ja gar nicht hart. Nein! Aber sauber! Oh Mann! Der ist schon Asbach-Urhalt, wirklich Asbach-Urhalt. Oh Mann! Darf ich dir hier stehen und essen? Mein Bruder ist ekelhaft. Halt die Schnauze. Ich bin alt und ekelhaft. Oh Mann! Oh Mann! Das war nicht sehr schmeichelhaft für dich selbst. Was? Ich bin alt und ekelhaft. Ich bin hässlich und ich bin stolz. Ich bin der Opa aus Ranma. Aus was? Aus Ranma. Was redest du für Mist? Ranma in Halb. Kennst du nicht Ranma in Halb? Sino, sie redet wöh. Sie ist infiziert. Ich wurde gebissen. Sie ist infiziert. Ich finde, sie hat gerade einen geilen Anime zitiert. Ja. Ja. Was ist dieses Anime? Was ist das? Was ist das? Ich hab gedacht, das ist eine Sie. Die Anime. Anime. So, guck mal. Das hier ist jetzt die Straße. Da vorne ist jetzt gleich... den Namen der Stadt vergessen. What the fuck? Auf jeden Fall, hinter der Stadt rechts ist Dori Sobor und von da aus kommen wir easy zum Airfield. Wir sind einen kleinen Umweg gelaufen, weil ich die stolze Straße genommen habe. Aber egal. Ich wollte euch nur was von der Karte zeigen, ne? Genau. Ihr seht, hier hat sich einiges verändert. Der Grashalm da stand zum Beispiel das letzte Mal nicht. Oh mein Gott. Aber vielleicht finden wir ja nochmal so einen Helikopter. Dori Sobor heißt die Stadt, genau. Dori Sobor. Da sind wir jetzt vorne. Da ist nämlich die Kirche. Ja, das könnte auch gut Action geben da drin. Zu der Mod, äh, ähm, gab's hier einen Spawnpoint. Das war der seltenste Spawnpoint in DayZ. Also bist du in der Nähe der Kirche da gespawnt. Äh, war's direkt am Airfield. Das war mega nice, wenn du da gespawnt bist. Mega nice. Mega nice. Mega. Mega. Pickt euch beide, danke. Oh ja. Alice. Okay. Oh. Kameramann. Wir müssen die Paarung vollziehen, Alice. Ich schick dich zurück nach Kanada, äh, ich schick dich zurück nach Kanada, Mann. Ich war bei deiner Mauer der Kameramann. Hehehe. Auf jeden Fall bei Alice dann. Klepp, klepp, klepp. Du, Yasha war geil, ja, Mann. Das war nice. Ich möchte jetzt die Paarung vollziehen. Wie hieß nochmal das Schwert von Yasha? Ach ne, das ist mein Bruder, verdammt. Ähm. Ich hab grad den Falschen auf den Arsch geguckt. Alice, Alice, nerdy, nerdy. Hier, äh, wie hieß nochmal das Schwert von Yasha? Äh, Excalibur. Hab ich nicht geguckt. Was? Werde ich gleich gesteinigt. Bei der Macht von Greyskull. Ach, der war geil. He-Man, alter. He-Man. Du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du. He-Man. Was kennt der aber Ramba nicht? Schande, Schande. Ramba, ne? Oder Mila Superstar. Das kenn ich nicht. Oh, Mila? Was? Was? Was kennt der? Tess Haiger, ja, Mann. Tess Haiger, genau so hieß das. Mila ist cool. Ja, danke. Mila kann lachen wie Sonne. Ah doch, ja, ich kenne es. Tatsache. Wir sind jetzt schon in der Nähe des Airfields. Hier könnten eigentlich schon Spieler sein, ne? Wie viele sind auf dem Server? Ungefähr. Ungefähr, ja. Was hast denn du für Land-Server gesucht? Ist der leer? Ja, 25 waren drauf. Da ist ne Frau drauf. Ne Tina. Das ist die Polizei. Ich möchte Tina kennenlernen. E2 Tina. Mhm. Jeff, mein Name ist Jeff. Geh zu jedem hin und sag' Hallo, Tina. Und irgendwann denn... Tina? 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 Glaubst du an lieber auf den ersten Schuss? Oh. Noch nicht. Sieh nur, du hast sie erschossen. So lernst du nie eine Frau kennen, verdammt. Aber ich kann Sex mit ihr haben. Aber das ist eine Leichenstellung erst nach fünf Minuten, wenn der Körper kalt wird. Man kann ihr nicht trauen. Es ist warm und es zuckt noch. Passt. Das hättet mich so an dieses eine Comic-Wild hier, wo der Typ mit der blutigen Waffen anstellt. Yeah, I'm friendly. Waffe qualmt noch was? Ähm... Ach, ich weiß wo wir sind. Ich geh rein, ich hab Pumpe an. Ich geh rein, ich hab Pumpe an. Oh, Schandikamekate, die bin wie geil. Das hab ich mir letztens gekauft erst. Was? Hä? Was? Ja, mein Chat. Sie liest doch mein Chat auch nebenbei machen. Achso, ich nicht. Ja, nee, du nicht, weil du uncool bist, ja. Oh, Schandikamekate, ey. Was ist da überhaupt los? Oh, ich hab so Leck, Alter. Komm rein, mach die Tür zu. Okay, irgendwas ist bei der Engine definitiv kaputt. Wieso? Ich habe, wenn ich anscope, mehr FPS und das ist alles flüssiger, als wenn ich ohne Scope rumlaufe. Krass. Irgendwas ist hier echt komisch, also... Ich hab hier 16. 16 jetzt grad, aber mit Aufnahme immerhin. Ich hab auch. Ja, 15. Achso nicht. Alice, sage mir bitte Bescheid, wenn du hochkommst. Ich komme. Das ging aber schnell. Bist du oben? Nein, noch nicht. Ich hab irgendeine Tür grad gehört. Oh, Mann, Martin, Alter, ey. Jetzt ist aber ganz schön auf der Leitung, Alter. Oh, ist das eine Makarov? Jaaa. Oh, ist das ein AK-Magazin? MP5. Verdammt. Verdammt. Ich... Ich... Jetzt komm ich hoch. Wie kommt's? Ich komme. Ich habe Makarov. Noch One Piece. Ganz im Ernst. Es ist geil. Hier liegt noch ein Magazin. Für die MP5. Oh, Mann. Ich brauche eins für die AK. Ist doch für die MP5, glaube ich, ne? Das ist... Ja, MP5-Mag. Meeeen. MP5-Mag. Lootet mal schneller da. Hier liegt ne... Presse... Ne, ne Anti-Step-Rest. So, das war's hier eigentlich. Mehr brauchst du ja nicht gucken. Jo. Jo. Liegt noch eine? Ist das noch ne Makarov? Warte mal. Ich mach manchmal was. Wer... Wer war das? Wow. Hat einer geschossen? Es war Sino wieder. Wahrscheinlich. Hier ist noch ne... Hier ist noch ne Makarov. Komm mal einer her. Ich hab noch genug Max für die Makarov. Wer braucht noch ne Handfeuerwaffe? Ich nicht. Die sind scheiße. Sino? Äh, dem... Nein, ich hab eine Makarov, Mann. Damit hab ich gerade geschossen, du. Hören. Du Brain. Sagt man jetzt Makarov oder Makarov? Mates Amar, guck ich gerade. Äh, also wir... Wir... Also ich muss meine Jungs hier sagen immer Mutterkopf. Mutterkopf? Ja, weil wir uns immer streiten, wie man Makarov oder Makarov ausspricht oder so. Seither sagen wir immer Mutterkopf. Mutterkopf. Hier ist noch eine sogar. Kann man ausschauen. Lass uns raus. Jo. Geh mal vorbei, das. Ja, na klar. Schick mal die Frau los, ne? Also ich bin hier auch im Supermarkt, ne? Geh raus jetzt, Mann. Ich muss gucken, ob es frei ist. Sonst heißt wieder, ich mach nichts Rückendeckung hier. Ne, machst du ja auch nicht. Rückendeckung, hä? Da hinten ist Sino. Ist er. Kommt hier. Hallo. Hallo. Hallo, hu, hu. Kalkt auf mich mit der Waffe. Da hinten ist Sino. Ich habe einen glitschenden Pixel gesehen. Das muss Sino sein. Oh nein, das war nicht Sino. Also das ist fast so schlimm wie in der Leckstadt. Demnächst gibt es dann auch mal wieder einen Hisi-Stream. Wir wissen noch nicht wann. Aber ich denke mal, die Tage werden wir das auf jeden Fall im Angriff nehmen. Also wenn ihr die Folge seht, dann haben wir vermutlich schon bestreamt. Aber dafür ja generell mal. Unten in die Beschreibung unter YouTubern oder so. Da stehen ganz viele Links, ja. Facebook, zu Twitch, zu was weiß ich. Ja, da einfach mal überall mal checken gehen. Ich habe gerade selber keine YouTuber-Aufgaben am Laufen. Das heißt, ich mache das gerade für euch beide, ja? Hier, ne? Weil über so Facebook-Seiten und so kann man YouTuber ziemlich gut kontaktieren. Und man kann dann auch mal gucken, wo sind die gerade auf der Gamescon? Genau. Ach, bei den Schlampen von dem Razor-Stamp. Äh, stopp. Also da werde ich dann irgendwann volltrunken liegen. Weil, und dann sagen zu jeder japanischen Model da, die da bei Razor rumsteht oder so. Ich will dich, hey. Ich will dich schon mal in Deutschland haben. Steh dich aus, keine Maus. Mach dich nach dich. Nein, das bist du denn. Das könnte sein. Das klingt nach mir. Wendet ihr da jetzt hoch? Ja. Hier ist Story Sober. Wo ist jetzt hier das Airfield? Gegen das Airfield. Ähm, hier ist Story Sober und dann kommt noch eine Stadt und dann sind wir da. Aber dann haben wir ja wieder nichts. Wie weit, wie viele Minuten haben wir noch? Dann haben wir was für die nächste Folge. Ähm, wir haben noch fünf Sekunden. Ja, nein. Die fünf Sekunden gut nutzen, ist schon vorbei. Nein, in fünf Sekunden kann manchmal man dreimal. Ja, ja, dreimal. Was passiert? Das war es jetzt auch, ne? Meine Freunde, hier. Oh, da oben ist schon Militärstützpunkt oder so weit. Ja, das ist ein Outpost, guck mal. Das ist ein neuer Outpost. Den nehmen wir noch mit, oder? Den nehmen wir mit, genau. Deine Scheiße. Habe ich gerade so im Augenwinkel gesehen. Und jetzt machen wir keinen Cut, tschüss. Du, mir alleine sterben, wir alle. So. Ich habe Angst, ich habe Angst, ich wangst. Hunter, nee, habe ich nicht geguckt, nee. Will nicht sterben. Noch nicht. Bin noch zu jung. Du bist schon... Nächstes Jahr. Dir ist der Sargdeckel da auch schon dreimal auf den Kopf geflogen, ey. Nee, nee. Wie gesagt, erst nächstes Jahr dann. Ist euch mal was aufgefallen? Was denn? Keine Zombies mehr in diesem Spiel. Stimmt. Wo sind die hin? Das ist DayZ. Ohne sie. Das ist einfach nur noch Day. So, guck mal hier, ich habe Zelte gefunden. Ey, was spielt ihr? Day. Ich spiele Day, cool. Kann man die einpacken? Nee, oder? Das ist ein neuer DayZ-Mod. Ja, DayZ ohne Zombies. Wir nennen es Day. Oh, hier hat einer eine West hingelegt. Ähm, mit Blut drinne. Wahrscheinlich kriegst du jetzt gleich einen Kopfschluss. Da ist ein Magazin drinne für die Makarov. Nice. Was ist das hier? Ah, das ist neu jetzt auf jeden Fall. Ähm, hier liegen übel viele Westen drinne. Wenn ihr noch eine Weste braucht, ja. Hier ist noch ein Makarov-Magazin im Zelt. Oh, Schuhe. Schuhe, ich habe endlich Schuhe. Oh, was liegt hier? Doch, Makarov. Wieso kann ich die Schuhe nicht aufnehmen? Was ist denn das so ein Quatsch? Ich sehe die nicht mehr. Ich glaube, ich packe die AK weg und nehme die SKS. Sag mal, liegen die Schuhe hier vorne? Ja, hier liegen Schuhe. Ja, ich kann die nicht aufnehmen. Oder will die SKS von euch wer? Ich habe hier Munition anstatt der Schuhe. Ja, ich habe hier auch Munition. Ich habe dir mal Munition hingelegt für die SKS. Danke, Dün. Danke, Dün. Danke, Dün. Die SKS, ich bin mir gerade nicht mehr sicher. Das sind übelst viele Zeug, das ist ein Geil. Ich habe auch Munition für die SKS, aber da kamen wir wenigstens fünf Weinschieben anstatt nur eins. Gutes Deutsch, Martin. Was? Wir sind übel viel Muni, äh, hier sind übel viel Loot oder so. Das ist keine, das ist keine, das war eine AK-Muni, was du mir hingelegt hast. Das habe ich so gar nicht gesagt. Aber ist egal, ich habe ja. Ich habe ja. Aber das ist definitiv neu hier, ne? Definitiv. Jo. Ach, das ist die riesen Freifläche hier. Ah, jetzt weiß ich, wozu sie die angelegt hatten. Früher. Denitiv. Ganz, ganz früher stand hier auf Krankenhäuser. Hat einer was zu trinken für mich, sonst ist Essig. Ne, ich habe auch nichts mehr. Ich müsste auch mal irgendwo. Ne, aber hier ist ein Brunnen in der Stadt. Okay. Da wird den Brunnen auch schnell sucht. Ne, ist egal, ich gehe dann auch direkt raus hier. Ich würde auch sagen, lass uns dann oben auf den Berg legen und dann loggen wir uns. Dann weiß ich beim nächsten Mal brauche ich halt, äh, willst du auch einen Berg, ja? Ja, ja. Da steht ein Zombie, ein Zombie. Wow, kann ihn ab, kann ihn ab. Ist ein getarnt der Spieler wahrscheinlich. Wahrscheinlich. Aber ich will den, ich will den jetzt nicht unbedingt pullen. Also rennen wir schnell hoch. Ach, dann gebe ich den. Ich gebe dir gleich. Ähm, ich, ich gucke generell nicht so viele, äh, Animes oder so, Decays. Sorry. Ich bin, ich mag Animes, ich gucke die auch sau gerne, aber ich bin nicht so der Typ, der sagt, ich gucke mir jetzt ein Animes. So, hier reicht, hier reicht, ich bin nicht, ich bin hier nicht so weit daumen. Nein, 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 nein. Wir müssen auf jeden Fall noch schlafen. Ah, toll. Zombe! Zombe, ja. Darf ich nachknallen? Nein, der hat, na, haut mich gleich. Geh mal weg. Hilfe! 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 Schieß! Schieß doch! Haben wir hier... Du machst doch schon Alice. Achso, du brauchst Hilfe. Was seid doch solche Arschgeigen hier, komm mal her, du Kleiner. Geh mal weg, ich kann den ja nicht mehr ab. Alice macht das schon. Kleiner. Kiss Nelpen. Ich hatte den, ne? Jetzt hast du, jetzt hast du, jetzt hast du alle gepullt. Ich meine, wenn wir uns hier oben, wenn wir uns hier oben auslocken, sind wir beim nächsten Mal tot, das weißt du, ne? Ja, das sind wir. Aber das ist trotzdem... Wir sind jetzt gleich tot. Wir werden gleich sterben. Hey, oh, was macht die? Hör auf! Was machst du? Ich kann nicht mehr aufhören. Die hört nicht mehr auf. Sie muss mich schlagen. Ich hab nen Bock. Ja, also locken wir uns jetzt aus, oder? Also ist sie jetzt... So, mach Schluss. Jetzt kommt wieder ein Zombie. Echt? Ich bleib hier oben. Ist mir egal. Ich kann nicht aufhören zu boxen, ne? So, dann beende jetzt, man. Äh, ja, in dem Sinne, ich töte jetzt noch den Zombie, damit ich mich auslocken kann. Oder? Ne, der scheißt auf mich. Ja, das war der Sinn und der Manni und die Alice. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Ciao!